Heute ist übrigens Tag des Pardons und auch als Uni FM müssen wir uns an dieser Stelle mal für einiges entschuldigen. Natürlich in Briefform, wie sich das gehört. Haben wir da eine Hintergrundmusik hier? Nee. Nee, die auch nicht. Die ist gut, die ist gut, die nicht mehr. Nee, reicht, reicht, reicht. Pardon, lieber Jason Derulo, liebe Rihanna, lieber Justin Bieber, dass ihr keinen Sendeplatz bei uns bekommen habt. Und werdet. Pardon, liebe Uni FM Landschaft, dass wir als Studentenradio morgens um sechs keine gut gelaunte Morningshow abliefern. Pardon, liebe Radiolandschaft, dass wir nicht den besten Musikmix aus vier Jahrzehnten für euch spielen. Etwas Persönliches. Pardon, liebes BAföG-Amt, dass ich es wieder nicht geschafft habe, meinen BAföG-Antrag vollständig vollständig und fristgerecht abzugeben. Pardon, liebe Freiburger Autohäuser, dass wir nach den Nachrichten keine Werbung für euch haben. Pardon, lieber Jimmy Fallon, dass wir deine Idee geklaut haben.